die serie duschen und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge chain symbol 3 der denn ich biet das guten morgen geführe und willkommen in gillingham betriebswerk bereiten sie diesen zug auf die heutige fahrt vor das wird heute unsere aufgabe sein ich steigen wir meinen unser zug ein diese batterie einstellen das machen wir hauptschüssel auf einstellen das ausstellen auf gleichstrom dann sollen wir nachtlicht stellen das deaktivieren ich muss mir noch machen langsam dann soll losfahren das tun wir und zwar stammt dieses szenario aus dem neuen loko bundle das ist seit kurzem bei steam zu erwerben geht manchmal schön durch die waschstraße wir sind dann gleich in gillingham dort sollen wir den führerstand wechseln so so Und ob hier schon ein Nachverkehrszug entgegenkommt. So, da ist schon unser Zielpunkt. Der Bahnsteiger, an dem wir anhalten sollen. Wechseln Sie den Führerstand und fahren Sie nach Rheinhem. So, den sollen wir auf volle Leistung stellen. So, gehen Sie ans Ende des Zuges. Wenn wir tun, schließen hier die Türe. Dann laufen wir durch den leeren Zug, wie ihr seht. Logisch, wir sind ja auch aus der Abstellung gekommen und haben die Türen noch nicht geöffnet. Da kann ja noch keiner drin sein. So, mich lang der Zug. Gucken wir in der First Class. Jetzt hier auf den Sitz. Wir stellen den Hauptschlüssel wieder auf 1. Ausbeleuchtung auf Nachtlicht. Wir gehen auf vorwärts. Und wir sollen die Leistung erhöhen, damit wir uns fortbewegen. So. Ich würde sagen, da sind wir soweit. Auf geht's. Jetzt gehen wir noch rot. Das müssen wir erst mal klären. Wir müssen den Signalwechsel warten. Wir müssen mal ein bisschen ran fahren. Warten. Ah, hat sich schon erlebt. Gut. Mal aufschalten. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir hier mithin haben, gegriffe. Ich hoffe, dass wir hier mitigen Wasserschönen bleiben. Also, ich hoffe wir, dass wir nie noch mehr aus dem Amst. Ich hoffe, dass wir uns nicht zurückfahren. Ich hoffe, dass wir hier weiter auf den Sitz up bekommen. So, hier ist die Waschstraße. Die kommt gleich. Lass den auch aufschalten. Meine Meinung nach piept der Zug ein bisschen viel, aber das ist wie gesagt meine Meinung. Also wenn das im Passagierraum auch so zu hören ist, weiß ich nicht, ob ich das haben könnte. Waschstraße. Galen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bremse gehen hier, weil wir gleich wahrscheinlich rot haben, selbst vor Signal. Das dauert nur noch 1,4 Meilen bis zum Ziel. Das dauert nur noch 1,4 Meilen bis zum Ziel. So, welch rot? Noch vor Einfahrt in den Bahnhof. Und wo kommt es? Ne, da ist das erste Signalwechsel. 25 sind zu erwarten. So, abrüsten sollen wir die Kiste auch noch, können wir natürlich tun. So, dann fahren wir schön an den Bahnsteig heran. In Rainham. So, der piept ja wirklich die ganze Zeit. Wenn man bremst, wenn man beschleunigt. Wahnsinn. Ein bisschen auf den Keks, aber naja. Wahrscheinlich ist das so. So, stellen Sie den Zug ab, damit er für den nächsten Tag betriebsbereit ist. So, das werden wir tun. So, den sollen wir auf, erstmal die Bremse anziehen, auf volle Leistung. So, dann sollen wir die DRA aktivieren. Stellen Sie die Richtungsschalter auf neutral. Stellen Sie die Außenbeleuchtung auf Zugschluss leuchten. verlassen Sie den Zug. Ja, was werden wir tun? Danke für Ihre Hilfe. Sehen wir, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Bin ich mal gespannt, ob wir Gold geholt haben. Würde ich sagen, 1000 Punkte braucht man für Gold. Die habe ich lange überschritten. Ja, das war's mit diesem Szenario. Wie gesagt, die Serie und Duschen heißt das. Kommt aus dem neuen Loco Bundle. Was vor kurzem bei Steam erschienen ist. Auf der Strecke South Isern High Speed. Class 700 Strich 0 TL. Die gibt es seit kurzem zu kaufen bei Steam für 15 Euro. Irgendwas. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ihr hört mich dann spätestens in einem neuen Busboard-Fairbus-Simulator-Video wieder. Und das wird es dann wieder heute oder morgen geben. Seid gespannt. Bis dahin. Macht's gut. Servus und tschüss. Euer Daniel Spieters. Macht's gut. Haut rein. Bye. Bye.